Halt, Moment, da ist was anderes. Was ist das denn? Äh. Was ist das für ein Dragster? Und wo sitzt denn der? Hey, das muss ein Anzeige-Bug sein. Ja, der müsste eigentlich da vorne drin sitzen. Das Spiel ist verbuggt. Sie kommen mit der Verbindung nicht klar. Was ist denn das?